Ich freue mich sehr, dass ich manchmal noch ein bisschen Kind sein darf. Heute fahre ich eine große Runde mit einer kleinen Bahn, welche von einem echten Dampflok gezogen wird. Ich freue mich sehr, dass ich mich nicht verabschiede, dass ich mich nicht verabschiede, weil es nicht verabschiedet wird. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.